Okay, wir sind jetzt hier in der Runde mit dem neuen Charakter Henry. Der war jetzt nämlich hier gerade eben rumgeflogen. Habe ich gerade eben gesehen. Deswegen wollte ich jetzt schnell das Video starten. Da ist er. Da ist einfach Henry. Hilfe. Oh mein Gott. Und ich glaube, der ist ziemlich stark, würde ich jetzt mal sagen. Wo schieße ich hin? Ich bin lost. Der hat auch noch die... Oh Gott. Also jetzt mal ganz ehrlich, als ob ich jetzt gegen den irgendwas tun könnte. Junge. Direkt rasiert. Und dann lacht er mich einfach raus. Da ist er einfach. Und er lacht. Warum lacht er? Weiß ich nicht, aber... Das war der erste Henry, den ich je in der Runde gesehen habe. Seit dem neuen Update. Und das Update ist... Gestern... Abends irgendwann rausgekommen. Vielleicht auch schon gestern. Irgendwann gestern auf jeden Fall. Und da war direkt schon so ein Henry dabei. Ja. Läuft. Ich habe ihn da aber leider nicht. Weil ich... Ja. Der kostet 3000 Juwelen. Ich habe nur 300. Aber ich kann mir den 300. Also Skins gibt es glaube ich... Die billigsten sind vielleicht so 700 glaube ich. Im Angebot mal. Charakter. Skins sind dann... Meistens so 250. Also vermutlich werde ich damit einen Skin holen. Genauso mit... Genauso wie mit den Ereignistickets. Da 7500 kostet ein Ding. Ich habe jetzt gerade 10.000. Außer ich... Vielleicht reicht auch für eine Smaragdkiste oder so. Ich weiß nicht. Ich weiß aber auch nicht, ob es eine Smaragdkiste gibt. Ob das... So eine gute Idee ist. Oh ich dachte schon... Hat er das was tut? Da ist er ja. Da ist sie, ihr gesagt. Egal. Oh. Da hätte ich nicht nahe hingehen sollen. Gegen den Skippy, Junge. Vor allem hatte der Henry... Ja gut. Das ist ja klar, dass der den... Ähm... Den Skin ausgerüstet hat. Also nicht, dass er den hat. Weil man kann den ja... Weil wenn man den kauft, nimmt man den Skin. Kauft nicht den direkt dazu. Der gehört ja dazu. Deswegen. Der Metalhead. Das ist ein Milo. Aber so alt ist Milo auch nicht. Ich glaube, Donner... Rönnet sich eventuell... Nein! Ich wollte mich an... Ich wollte hier so ein Emote nicht... Nicht-Emm-Ding machen. Ja, ich glaube... Nee, nicht aus... Ach, du Kleiner... Mann. Den armen Donner gekillt. Oh nee, was mache ich hier eigentlich? Ey, das kann doch... Das kann doch... Nichts werden hier... Kann ich mich hier einfach heilen? Ich weiß nicht. Doch kann ich, ja. Läuft. Das neiste an der Werkzeugkiste ist. Man kann dann einfach ein Fass abbauen und dann... Ähm... sich irgendwo hinstellen. Leute, hier sind zwei Fuzzis. Es ist mir ein bisschen zu viel los, ehrlich gesagt. Hier ist auch wohl irgendwo jemand. Ich seh' nicht. Geht erst noch da ab. Das ist, glaube ich... Der steht doch direkt vor mir. Ich realisiere es erst, wenn's zu spät ist. Aber er auch. Ich hab noch nicht mal einen Bogen, Löl. Welchen Modus sind wir jetzt eigentlich gerade? Ich... Na, ich glaub... Doch, Standard. Äh, Light. Schon wieder... Ey, immer Light, oder nicht? Bei Videos. Verstehe ich's. Warum? Weil... Es gibt halt so wenig Trophäen, deswegen... Ja, ich glaub, Light müsste sein. Warte, da hat sich ein Fass bewegt. Das hat sich doch safe bewegt, oder nicht? Safe, oder? Da war einer drin. Nee, war nicht, lol. Ich lach das Fass erst mal aus. Obwohl gar keiner drin war. Das kommt mir... Nee, warte. Nein, ich darf nicht nahen an den Löwen. Ach, der hat noch Vitaminspritze. Vitaminspritze. Ach, ich war ja klar, dass da ne Fall ist, oder? Wahrscheinlich kann ich jetzt gegen den Milo was tun, oder? Wahrscheinlich. Junge. Ich hab schon mal einen Milo gekillt, so ist es nicht. Als ob ich jetzt Showdown ist. Nein! Jetzt... Warte... Oh! Hello! Warte, warte, warte! Danke! Danke!